Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunogaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, einen unter Astral Legends Unite. Wir gehen hier auch direkt auf Spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Sound habt, weil irgendwie spinnt mein Sound rum, habe ich festgestellt. Auch in den Videos spinnt es rum, also falls ihr keinen Sound habt, tut es mir leid. Ich kriege das auch nicht behoben. Ich habe jetzt mehrere Tage daran probiert. Ja, ich weiß nicht, Bronze liegt. Aber Leute, ich will mir ja so oder so bald alles neu holen. Ja, so brauche ich aber auch erstmal die Kohle. Das ist auch noch so ein Problem. Ah, die Sound-Dings spinnen wieder rum. Wartet kurz. Eigenschaften. Nein, das ist doch richtig. Ich will hier nicht rein, ich will in den Filter. Okay, mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ich glaube, ja, jetzt hört man ein bisschen was. Ja, egal. Ich muss sowieso bald ein neues holen, also es ist jetzt nicht so cool. Ah! Okay. Nein! Oh, ich bin hier runtergefallen. Okay, 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 okay. Bam, Alter. Geschafft. So, geschafft, geschafft, geschafft. Das war Legends Unite. Ne, ich will jetzt hier nichts. Achso, ich habe übrigens einen neuen Wagen. Den hier, den Chef-Rolle Camaro LT. Oh, ich habe einen Level-Übersprung. Wir nehmen natürlich den. Können wir hier irgendwas upgraden, sag mal. Um Stufe 6 zu upgraden. Du brauchst mehr Sterne. Was für Sterne? Achso, hier, so einen Stern habe ich noch einen. Egal, das ist ja trotzdem unser bester aktuell. Gewinn des Ren-Nitro-Zeit, 3 Sekunden. Ja, das ist machbar. Ja, ich soll einfach nur das Rem gewinnen. Ja, weiß ich ja nicht. San Francisco dominiere die Stadt. Oha, was ist das denn für eine geile Karre da gerade gewesen? Die sieht auch nicht schlecht aus. Okay, die sind alle schneller als ich. Let's go. Scheiße. Ah, ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt. Bruder, er hat mich auseinandergenommen. Das wird nichts, das kann ich jetzt schon sagen. Mann, warum fahre ich denn die ganze Zeit ins Wasser? Okay, 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 okay. Ja, Junge, zieh doch an mir vorbei, du scheiß Drecksting. Okay, okay. 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 Scheiße, habe ich nicht gekriegt. So, weg mit dir. So, weg mit dir. Ah, ich bin zweiter. Ah, ich habe es nicht geschafft. Na, ich muss es, ich muss tatsächlich schaffen, weil sonst komme ich nie weiter. Also gut, nochmal. Also gut, nochmal. So, jetzt aber ein bisschen besser. Bändle. Okay. Okay, so, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen konzentrieren. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ah, scheiße, ich habe die Kurve nicht richtig gekriegt. Häng doch jetzt nicht, du scheiße, Dreckst Spiel. Okay, 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 okay. Ich habe es geschafft, endlich. Let's go. Boah, das war jetzt aber ein bisschen schwerer das Level, warum auch immer. Ah, hier haben wir volle Tankaufüllung wieder gekriegt. Das schmeckt. Glückwunsch, du hast diese Belohnung ein. Neue Season aktiviert. Okay, schön. So. Es geht bis 10. Okay, Schottland sind wir wieder. Empfohlener Rang, 655. Bin immer noch da drüber. Nein, ich habe meine Cola-Flasche nachgeschmissen. Oh, ne. Jetzt schmeckt das nicht mehr so geil. Upsi. Hier kannst du Touchdown-Drive. Was ist Touch-Drive? Keine Ahnung. Wir gucken. Fahre in Position 3 oder besser durchs Ziel. Okay, hier sollen wir einfach nur ein Dritter oder was weiß ich sein. Fahre in Position 3 oder besser durchs Ziel. Ja, das mache ich. Wow, was haben die denn hier schon wieder für Kachen, Alter? So. Okay. Baben, Alter. Bär ist doch. Besser kann man das nicht machen. Okay, das ging jetzt relativ schnell tatsächlich. Aber okay. Wir sind ja wieder in Schottland. Was muss ich jetzt als Aufgabe machen? Äh... Ja, keine Ahnung. Ah, gewinne das Rennen. Okay, hier muss ich wieder Erster sein. Okay, mal gucken, ob ich es hinkriege. Wollte aber machbar sein eigentlich. Jo, hat der da einen Bugatti oder was ist das? Okay, es wird sehr schwierig. Das weiß ich jetzt schon. Oh, ich bin fast auf den gesprungen, Alter. Oha, ich hab ein Double Kill gemacht. Okay, an ihm bin ich vorbeigezogen. Okay, gar nicht mal so einfach. Okay, ihn hab ich auch. Okay. Ja, ich glaube, ich bin jetzt Kommel weg. Nicht hier runter. Bam, Alter. Okay, gewonnen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne liken, abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Sorber vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sandow. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.